Ahoi Leute und willkommen zu einem neuen Part von Titan Quest, äh, Immortal Drawn Multiplayer Display mit, äh, Doktor und Fischi, den beiden Hunden und mir, Doktor Freddy. Hallo Doktor Freddy. Ähm, ich hab übrigens Freddy's ganze Einladung nicht drauf, also hallo auch nochmal von mir hier, weil ich mir so dachte, ha ne, du musst nicht, du musst nicht Aufnahme drücken, wenn er anfängt. Ne, wir zählen nicht jedes Mal extra runter, damit wir beide so gut wie möglich das aufnehmen können. Ich warte auch nicht immer noch so eine halbe Sekunde, damit der nicht Aufnahme startet, den Knopfdruck hat. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir waren das richtig unprofessionell, wir starten einfach, genau wie in Sacred, als es einfach immer gestartet hat. Aber in Sacred war es lustig. Du wirst ein Assi. Ich hab's hier noch nicht gemacht. Ist auch besser so für dich, ansonsten würde ich weinen. Ansonsten würde ich mir Windows 9 holen, dass das Spiel hier auch nicht mehr geht. Ich würde dich töten. Würdest du nicht. Doch. Nein. Würdest du nicht. Wirklich. Farsch mich nicht. Ich mein's Ernst. Tut mir leid, dass ich lebe. Ich hasse dich dafür, dass, äh, ich hasse Windows 8 dafür, dass Sacred jetzt nicht mehr geht. Ja, es liegt wahrscheinlich nicht an Sacred, es liegt da einfach mal an meinem ganzen PC, der ist ein bisschen... Neuer. Gut. Ja. Ach ja. Ich mein, du kannst es ja noch spielen, du kannst ja noch nicht im Multiplayer spielen. Ja, und ich kann es auch nicht mehr flüssig spielen. Echt nicht? Ne, vorher konnte ich auch 60 FPS spielen, so ich mag es mal 30. Okay. Auf jeden Fall gute Engine. Ja, fast so gut wie Minecraft, würde ich sagen, ne? So schlecht ist die Minecraft Engine eigentlich gar nicht. Die Minecraft Engine ist die schlechteste Engine der Welt. Minecraft läuft bei mir auf 60 FPS mit Aufnahme flüssig. Du spielst es ja auch Vanilla. Mit Shader auch. Ich lasse mit Shader schon damals auf einem alten PC mit 60 FPS flüssig gespielt, ohne Aufnahme. Dann irgendwie kein YouTuber. Doch, klar. Nein, jeder beschwert sich immer... Oh, Frame-Einbrüche. Ja, Frame-Einbrüche gibt es halt überall, aber halt... Ja, aber durchgehend, so dauernd. Lags halt. Ja, ich habe auch bei Left 4 Dead 2 habe ich auch Frame-Einbrüche, wenn ich so an Hochauflösung im Feuer langgehe. Left 4 Dead 2 ist ja auch Half-Life 2-Engine. Oder Half-Life 1? Nee. Half-Life 2. Nein, also das ist die Source-Engine, aber halt ne... Wir haben jetzt übrigens ein Problem. Was? Erstens, ich hatte gerade zwei FPS. Und zweitens, weißt du, wo wir sind? Äh, ja, in dem coolen Dungeon, was ich schon vor 30.000 Jahren mal angekündigt habe, glaube ich. Ja, in dem Labyrinth. Mit den Höllenhunden. Nein, ich weiß nicht, die Scheißteile haben, die ich schon tausendmal angekündigt habe. Wann kommen die endlich? Welche denn? Die Roboter. Ich glaube, die kommen hier. Oh, warte mal. Zwei. Ich will mich mal wieder heilen. Äh, nochmal schnell. Ich hab zwei Hunde, okay. Feuerfallen. Ich mach die Fallen kaputt. Ich kann das gut. Ich hab da ein Skill für. Okay. Versuchst du so lange, die Viecher abzuhalten. Das Spiel kommt mir übrigens selber viel zu laut vor. Aber eigentlich in der Aufnahme ist es ganz normal laut. Also, gute Lautstärke. Aber für mich ist das so, als würde mir das Ohr ins Gesicht schreien. Das Ohr, äh, das... Das Ohr ins Gesicht schreien? Sorry, dass ich ein bisschen dumm bin, ja? Es ist früher, morgen ist es Sonntag. Ich hab irgendwas Weißes aufgesammelt und das ist gut so. Ja, es ist Sonntag um, ich denke um so halb eins inzwischen. Tja, es ist morgens. Ernsthaft, wie spät ist es? Okay, es ist 20 vor 1. Hab ich mir grad so gedacht. Genau. Man hat übrigens was im Hintergrund gehört. Ich weiß, was es ist, aber ich sag's nicht, weil das wäre assoziiert. Hat man, hat man? Ja. Okay. Man hat sogar fast verstanden. Also, ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme verstanden ist, weil ich höre sowieso nichts. Hier ist ein Skelett-Markier. Kommst du mal bitte? Ja, ich sammle gerade Sachen auf. Aber hier ist ein Skelett-Markier. Du weißt, dass ich keinen Schaden gegen die mache. Du weißt immer vor. Du weißt immer weg. Du weißt immer vor. Und wenn ich dann mal in die Richtung gehe, wo du hingehen solltest, eigentlich so nach meiner Theorie, dann läufst du natürlich einen komplett anderen Weg. Ja. Bin nicht berechenbar. Das weißt du doch seit TTT. Wer ist TTT? Ich bin nicht ganz lieb mit dir in einer Reihe stand und die ganze Zeit mit dem anderen Typen. Nein, da lebt noch einer, da lebt noch einer. Der würde uns gleich töten und dann rennt der Typ vor dir weg und du läufst auch los, weil du denkst so, nee, der ist nicht T, der hat mich noch nicht umgebracht. Und dann neife ich dich einfach. Und du hast mich geneift? Ja, ich hab dich geneift. Ah, sie? Bin einfach hinter die Herren und hab dir schön ein Messer in den Rücken gerammt. Noch nicht runter, wir erkunden erstmal die Katakomben. Du meinst, schreie näher, so an kriegen wir. Gerade Leck gehabt, chillig. Ja, ich auch. Ja, aber bei dir ist das noch, ich hatte gerade schon wieder einen. Ich auch. Leck irgendwie ein bisschen mehr. Ja, so, die sie lebe. Ähm, hat einen grünen Runenstab mal wieder gefunden. Geil. Direkt kann man in den Müll schmeißen eigentlich. Ist so. Weißt du, ich klicke auf den goldenen Gegend und er sammelt den weißen auf. Ja, dann mach doch die weißen Gegend raus. Weißt du was, was für eine Umstellung wäre? Dann müsst ihr das... Alter, das ist gerade geleckt. Was ist denn los plötzlich? Alter, lag das. Also an mir kann es nicht liegen, ich habe eine 16K-Leitung. Es kann trotzdem an der PC liegen. Heldmonster, 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 riesiges Heldmonster. Fack, 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 fack. Was für eins. Ein Skelett riesig. Alter, das ist richtig groß, Alter. Der Knochenfürst ist das. Der ist todesgroß. Kommst du mal bitte her? Ich bin schon hinter dir. Ist das todesgroß? Ne, geht eigentlich. Hoffentlich verliegt der irgendeine blaue Waffe oder so, das wäre schön für mich. Äh, Copies der Vernichtung, scheiße. Rüstung mit 36 Rüstung und 5 Geschicklichkeit geht eigentlich. Boah, lag das. Alter, es lag bei mir auch. Was ist denn los hier in dem Dungeon? Also, es lag nicht wirklich, also, ich hab halt kurze Frame-Unbrüche die ganze Zeit. Ja, genau. Und dann lagst du ein bisschen und dann geht's weiter. Ne, das mit dem Lagen hab ich nicht. Ich hab nur die kurze Frame-Unbrüche und dann läuft's eigentlich auf 60, also. Nicht auf 60, aber halt so auf 36 hab ich hier im Winter. Klar, ich heil immer wieder den Hund. Ja, du könntest auch mich zwischendurch mal heilen. Du hast immer volles Leben, weil du dich selbst heilst. Ja, immer wenn ich fast tot bin, dann denk ich so, hoffentlich heilt er mich, hoffentlich heilt er mich, ich bin nicht nimmer enttrennt. Ich achte nicht auf deine Sachen. Ja, du bist ein Healer, du musst das machen. Ja. Du musst mir auch Bescheid sagen, wenn du geheilt werden willst. Immer diese Leute, die eine Healer-Klasse spielen und dann nicht heilen. Eine Healer-Klasse. Du hast eine Healer-Klasse, du hast Naturgenau, das heißt, du bist ein Healer. Wie viele Teile gibt es hier? Ja, fünf, glaub ich. Drei. Nicht dein Ernst, oder? Doch, mein Voller. Fünf Stück. Ja, fünf Ebenen. Das ist riesig hier. Musst du den schreien? Oh. Hallo, Gorgonen. Tschüss, Gorgonen. Auf X war es schon ein bisschen nur goldene Sachen, oder? Bei mir ist es auf alt, aber normalerweise auf X, ja. Danke. Dann nutzierst du noch X. Halle, komm weg da. Übrigens, ich sehe die deaktivierten Sachen nie. Deshalb bleibe ich meistens dran stehen, wenn ich es höre. Also, wenn ich es nicht höre. Ich verstehe jetzt nicht, was du mir sagen möchtest, aber okay. Wenn ich die Fallen aktiviere, dann kommt doch ein Klicken. Weiß ich nicht, höre ich nie. Dann bricht zum Beispiel die Giftwolke aus. Und ich sehe die Giftwolke einfach nicht. Kommt bei mir erst viel, viel später. Also, ich finde jetzt nicht, dass das hier ein Labyrinth ist, aber okay. Ich glaube, das Labyrinth kommt noch von anders. Ist das ein richtiges Labyrinth dann? Ja. Bei mir hast du dich gerade so ein bisschen nach vorne geportet. Oh, ne kündige Truhe. Du hast dich gerade bei mir nach vorne geportet, so ein bisschen. Okay, nice. Ja, ich lasse hier auch noch was liegen. Eine Sache. Ja, es ist ein bisschen, es ist mehr als nichts. Heldenmonster wieder, es ist wieder dieser komische. Ja, da wird... Alter! Was? Leck. Hätte was kurz vor... Unstab der Scheiße. Da vorne ist Gold. Ich treffe übrigens die ganze Zeit die Teile nicht. Ich auch. Siehst du? Was? Du wurdest gerade von der Falle getroffen. Und ich sehe die Fallen erst immer Stunden, nachdem sie aktiviert sind. Ist eine Falle gewesen? Sie werden aktiviert und dann sehe ich sie nicht und sehe sie nicht und sterbe. Ich kann sterben in der Zeit, in der ich sie nicht sehe. Ja, dann hol dir mehr Leben. Wie viel Leben hast du? Zehn? Ähm, siebenhundertdreißig. Ich habe vierhundert mehr erst mal. Bin übrigens gerade gelevelt, warte mal kurz. Oh, sorry. Das hättest du früher sagen müssen, bevor ich das Messer geworfen habe. Jetzt habe ich siebenhundertdreißig. Ja, kannst du vielleicht eine Schockwahl oder so schicken gleich? Äh, so wenig Schaden mache ich den eigentlich gar nicht. Ich töte ihn eigentlich richtig gut. So, kurz leveln. Was nehme ich denn mal? Ich nehme nochmal zweimal zur Fleischschaffung für meinen Hund und einmal auf die Hauptfähigkeit. Ich habe jetzt 810 Leben. Okay. Oh, ein Schreinerdorn. Oh, da habe ich ihn liegen lassen. Ja, das habe ich dir extra liegen lassen, weil ich so viel geklaut habe vorher. Dankeschön. Weil mein Inventar schon ziemlich voll ist. Es ist eigentlich komplett voll, habe ich gerade gemerkt. Das habe ich nichts aufgesammelt. Aber das wusste ich vorher nicht. Ach, wie? Ja, das habe ich aber wirklich einfach liegen lassen, weil du auch was haben sollst. Ich habe jetzt geguckt, ob mein Inventar voll ist. Wo es jetzt von mir Hauptmann einfach mal ist. Ich habe eine Halskette bekommen, eine grüne. Oh, die ist scheiße. 8% Stärke und 6% Leben. Willst du die? 8% Stärke? Ne, ich habe eine mit 7 Stärke plus und Lebenskraftschaden für Begleiter. Ja, aber 8% Stärke ist glaube ich mehr als 6 Schaden. Ja, aber ich brauche mal einen Begleiter. Einen Begleiterschaden brauche ich. Moment mal, 10% dann wäre das 15 und dann 8 mal 15 sind 4. Moment mal, nein, das sind 1,5, das wären dann, was wären dann 8 etwa. Oh, jetzt habe ich mal die Dingens rechtzeitig gesehen. Oh, wir haben uns dann, natürlich. Ich bin auch voll. Vielleicht ein Portal machen? Oh, jetzt ist es wieder fast leer. Was? Gleich ein Portal machen? Ja. Ich brauche übrigens einen Heal. Danke. Lass uns mal, bevor wir einen Stockweg noch runtergehen, ähm, Portalmann. Also hier. Ja. Äh, nach Athen, oder? Ist der Held, ne, doch, bei Athen ist auch der Händler direkt neben dem Portal. Weil der ist ja todesweit weg. Ja. Über den ganzen scheiß Marktplatz. Ach ja, da liegt noch mal der Keks noch. Sei gegrüßt, Krieger. Ich habe die besten Waren in ganz Athen. Du wirst keine besseren finden. Hä? Wenn ich kaue, hört man das nur bei mir. Bei mir auch, habe ich gerade. Ja, wenn ich mit dir rede. Nein, direkt also reingewissen, dass es gekaut ist, habe ich es auch gehört. Brauchst du eine 48-Rüstung? Äh, ja. Ja. Okay. Hast du mir nicht schon mal eine gegeben? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich glaube, was sie verkauft hat. Hier ist jedenfalls eine 48-R mit 159 Stärke erfordert. Ja, da fehlen mir noch zwei. Ja, läuft. Äh, 40. Ich habe hier, äh, beiden stehen mit 40 Rüstung. Äh, und die haben minus 7% auf alle Anforderungen. Aber meine haben 32. Okay, dann, meine sind eigentlich voll scheiße. Die haben eine Feuerresistenz und Bewegung, aber jetzt bin ich langsamer geworden. Egal. YOLO. Da ist auch Feuerwiderstand, ich bin jetzt auch langsamer geworden, aber ich habe jetzt 8% auf, äh, Minus auf alle Anforderungen und 87 Leben plus. Du hast auch 7% Anforderungen Minus? Bin ich gestorben? Wann? Jetzt gerade erst. Weil Eichenherz gar nicht mehr aktiv ist. Bei mir ist es aktiv, also ich habe Eichenherz. Ich habe nur 792 Leben. Also ich habe Eichenherz. Wieso habe ich nur so wenig Leben? Keine Ahnung. Ich habe gerade 810 Leben. Äh, weil dein Eichenherz nicht anders. Bei mir ist es an. Mach es nochmal an und aus. Habe ich gerade dreimal. Keine Ahnung. Hm. Die Russen sieht geil aus. Komisch. Egal. Nein. Dann gibt es hier noch eine teure Farbe. 12.000 Lila. Aber Lila hatte ich mir doch schon mal für 9.000 gekauft oder so. Ja. Guten Tag. Hm. Fledermost-Zahn. Mach ich das mal weiter. Wer ist schlecht? Speer ist schlecht. Nee, der Kavan hätte so weit weg. Speer ist schlecht. Äh, Bogen ist schlecht. Deine Rüstung. Ich bin schon mal zurückgegangen. Ja, war das verkürzt auf mich? Ja, ich tue noch ein paar Tränke aufbüren und so weiter. Was? Äh, noch 6,5 Minuten haben wir. Okay. Oh, ist ja noch Dings. Äh, zwei Sachen. Kann ich hier direkt nochmal verkaufen. Ich mache mir einen Portal und gehe dann durch meins. Durch deins, was das cool ist. So. Hallo! So. Ähm, hier ist deine Rüstung. Bis dann! Ach, das hört sich aus. Die kann ich sogar benutzen jetzt. Durchschlag-Siderstand. Aber da habe ich... Ich kriege Verteidigungs-Fallität und, äh, ähm, Angriffs-Fallität dazu durch meine Wächter-Küros. Aber ich glaube, mehr Rüstung ist, glaube ich, besser. Dann verkaufe ich auch, was hier. Welche? Wenn du den Kaden willst, verkaufe ich. Nein, ich benutze die jetzt. Okay. Du hast natürlich alles weggelootet. Da waren zwei Sachen noch. Dein Portal ist... Oh, du bist gerade nach deinem Portal gekommen. Danke. So, Ebene 3. Das reicht jetzt auch langsam mit Ebenen. Ich will nach Hause. Das ist immer die scheiß Dungeon mit den Roboter. Hast du den Brunnen aktiviert? Hä? Hast du den Brunnen aktiviert? Nein, ich wollte erst mal Gold haben. Du weißt, dass ich Gold liebe. Jetzt habe ich den Brunnen aktiviert. Wow. Ich hatte gerade... Moment mal. Ich kann hier in die nächste Ebene schon gucken. Durch den Bug. Stell ich mal genau da an, wo ich bin. Warte, 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 warte. Hast du das auch und dann musst du ganz rauskrollen. Ja. Chill ich. Alles. Oder das ist die vorherige Ebene. Nein, die ist weiter unten. Haube der Konzentration. Ach, dass sie doch... Warum kriegt man hier nicht so Sachen, die aussehen, als würden die aus Ägypten kommen? Ähm, weil wir langsam nach Ägypten kommen. Ja, aber warum gibt es hier dann so Gegenstände, die schon so aussehen? Wir sind immer noch ein scheiß Griechenland. Weiß ich nicht, warum. Das ist übrigens unfreundlich. Hier geht es runter. Nee, mach die Falle kaputt. Mach das im Luxuelschirm. Du machst ja extra Schaden gegen Fallen, ne? Jo. Mechanikteile, natürlich. Meins. Nein, das ist meins. Mechanikteile ist so ein Ding. So. Einser? Ja. Okay, deins. So ein Ding. Okay, deins. Ich hab nicht gesagt, was das ist. Ja, bei mir ist es gerade noch eingefangen. Ich hab die Kiste aufgemacht und da ist nichts rausgekommen? Wahrscheinlich nichts Goldenes. Achso, das kann sein. Aber aus der Kiste kommt nichts Goldenes? Hab ich auch schon. Okay, ja, stimmt. Aber es war so eine Kleinkiste, die sah so wertvoll aus. Danke für den Ring. Kein Ding, mach ich gerne. Wow! Was? Was? Storben? Durch was? Durch das Feuer. Du bist doch nicht gestorben. Stand da direkt drin. Ich hab voll viel Schaden gekriegt. Aber du bist nicht gestorben. Passt. Ich hab übrigens 38er, äh, was sind das? Beinschienen? Ne, das ist ein Armschienen. Die sind zwar nicht so gut wie meine, aber die haben plus 1 auf alle Fähigkeiten. Okay. Was für Beinschienen hast du? Beinschienen mit 11 Geschicklichkeit. Die hier haben noch, ähm, 8 Angriffsgeschwindigkeit und 17 Elementalwiderstand. Also, sind eigentlich voll geil. Eigentlich ziemlich geil, ja. Vor allem, weil sie auf alle Fähigkeiten einen hoch machen. Wartst du kurz auf mich? Ich muss hier noch rummachen. Ich bin nur noch weggegangen. Ich hab auch noch eventuell... Ich hab dich nicht angelockt. Ne, das war ich. Ich hab einfach nur hier gestanden. Ich war übrigens nur hier. Danke. Gold, gold. Ähm, Beinschienen für dich? Ne, Intelligenz, okay. Brauch ich für dich, Stärke. 44 Rüstung. 20. Äh, Verteidigungs, äh, Qualität. Ja. Wie viel braucht man dafür? 150. 59. Hab ich nicht. 150. Dann nehm ich die doch gerne. Einmal. Ja, voll geil eigentlich. Ich weiß, dass kann ich meine Rüste nicht mehr benutzen. Doch, ich benutze einfach mein alte wieder. Ja. Okay. Also nach links geht weiter, dann lass ich erstmal nach rechts gehen. Ja. Ich glaub nach links geht's auch raus. Ich sag auch noch nicht, wohin es rausgeht. Ich will jetzt endlich dieses scheiß Dungeon mit diesen, äh, Robotern haben. Mit den Androiden oder was das waren, oder? Ich warte darauf schon so lange. Mir ist aber klar, dass du gegen die Viecher keinen Schaden machst, ne? Mir ist aber schon klar, dass das einfach verdammte Roboter sind. Wie war das nochmal auf der Messe? Strip ne Roboter? Ja. Hier irgendwas Grünes bekommen, ne grüne Rüstung. 48. Geil. Mit was? Äh. 48, Moment, ich töte erstmal hiermit. 48 Rüstung, 8 Schadenswiderstand, 15% Verteidigungsqualität und, äh, 12% Wahrscheinlichkeit Geschossen auszuweichen. Was brauchst du dafür? Äh, noch zwei Stärke. Ja. Vielleicht bist du mit dem Level. Check mal bitte kurz. Wieso? Bin nur Sinn. Ja. Sieht es aber nicht so besonders aus. In der letzten Zeit kriegen wir ziemlich viel grüne Sachen, fällt mir auf. Könnte fast anziehen. Part ist vorbei. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part euch gefallen, Leute. Und, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Tschau. Tschau. Vielen Dank.